Hallo. Hi. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern. Kekse? Selbstgebacken. Danke, du bist ein Schatz. Lecker. Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben. Du warst immerhin meine beste Freundin und ich hab dir... Ja, den Verlobten ausgespannt, den... Er war's, ich weiß das. ...ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren. Und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihm das Blut runterläuft. Ich kenne diese Art, Mann. Der kleine Mann, der kleine Mann voller Angst. Und den musst du dir vornehmen, gleich, wenn du ihn erwischt hast. Direkt nach der Tat, wenn er noch schwitzt. Haben Sie von Rosbach geschlagen? Ja. Einmal. Sie sind ein Schatz. Kast. Aber ich wäre gerne, wenn du hier wäre. Ich wäre zu viel, dass du nicht gut, wenn du einmal zu Hause. Jetzt komme mir mal an. Ich bin, du bist. Ich habe die Angst. Ich bin, du bist. Ich bin, du bist. Ich bin, du bist. Bis zum nächsten Mal.